Also, ich weiß ja nicht, Leute, aber das ist doch absolut insane beeindruckend. Das kommt mir doch sehr bekannt vor, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft. Und nein, das Ganze hat tatsächlich einen anderen Ausgang, im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen zu Folge 1063, eure Einsendung von Connor. Eingesendet gibt es die Redstone World von Connor. Und es gibt da einiges zu entdecken. Wir werden uns heute in der Einsendung einen kurzen Überblick über diese Welt machen. Wir werden wahrscheinlich gar nicht die Zeit haben, uns alles ansehen zu können. Aber dafür gibt es ja auch einen Download-Link, der euch in der Videobeschreibung bereitgestellt wird. Aber wenn wir hier reingehen, dann, ui, sehen wir, es ist natürlich an die Redstone World angelehnt. Aber es ist was komplett Neues. Mit komplett neuen Dingen, die es zu erkunden gibt. Und ganz besonders, ui, das sieht ja cool aus. Sehr nice. Besonders am Freizeitpark. Und wir gehen wieder zurück zum Hub. Es gibt noch eine private Residenz, die hier zu finden ist. Die scheint noch im Bau zu sein. Sprich, wenn wir durch das Bild hier durchgehen. Private Residenz ist aktuell doch im Bau. Und es gibt natürlich, wohlgemerkt, eine Stadt. Wir beginnen dann tatsächlich mal bei der Stadt. Und nachher gehen wir dann in den Freizeitpark. Das hier scheint eine Welt zu sein oder ein Projekt zu sein, bei dem, man kann schon fast sagen, City-Build am Tag ist. Wenn ich mal hier auf die Minimap schaue, dann sieht es sehr, sehr verdächtig auch so ein bisschen city-mäßig aus. Aber cool auch. Guck mal hier, zum Beispiel die Baustelle. Können wir die auch... Oh, die können wir tatsächlich aus der Nähe mal betrachten. Und ich sehe Structure-Blöcke. Wait, kann das was? Bestimmt, oder? Warte, ist da ein Knopf? Kann ich den Knopf drücken? Oh, das ist ein Aufzug. Oh, das ist aber die Aufzug-Engine aus der Redstone-World. Wohlgemerkt. Oh, das ist aber cool gemacht. Das heißt, hier kann ich dann... Ziel aussehen. Ja, das ist die Aufzug-Engine aus der Redstone-World. Aber cool. Ding, dong. Sehr nice. Es ist so cool. Und es freut mich auch, by the way, übelst zu sehen, wenn Sachen, die wir hier auf dem Kanal haben, auch weiterentwickelt werden. Und das ist ja genau das Sache. Also einige von euch meinen ja so, Joe, wann gehen denn die Projekte weiter? Immer. Ständig. Die ganze Zeit. Die Projekte gehen nur weiter. Auch bei anderen Menschen. Und deshalb ist es auch immer wichtig, da mal auch reinzuschauen, was der Connery hier gebaut hat. Das sieht ja schon mal sehr spektakulär aus. Ich befinde mich gerade an einer Baustelle. Und ich bin ja jemand, der immer gerne anfasst, Knopfdruck und irgendwas will. Ich glaube, hier sehe ich nämlich gerade dieses Model, was eingefügt worden ist von dem Kran. Aber das ist noch nicht animiert, oder? Sehe ich hier irgendwelche Command-Blöcke? Nee. Aber es wäre sehr cool natürlich, wenn man das animiert wäre. So. Wir holen mal einen Aufzug. Müsst ihr jetzt von oben nach unten fahren? Nee, von unten nach oben. Die fahren immer von unten nach oben. So. Zack. Das ist eine coole Idee, dass man es mit einem Buch macht. Leitungsgang. Leitungsgang. Okay. Fahren wir los. Ein Bagger. Ja. Oder es ist ein Bagger. Kann ja auch sein. Ach, sehr cool. Ach, wie nice. Okay. Das scheint eine Baustelle zu sein. Aber auch ein sehr, sehr hoher Detailgrad. Vor allem auch eben halt mit der Aushebung erst. Es ist ja wie in einer echten Baustelle auch. Da gräbt man erstmal eine Grube. Man sorgt dann dafür, dass die Baufahrzeuge irgendwie in diese Grube reinkommen können. Das Ganze muss ordentlich abgesperrt werden. Dann hat man einen großen Kran. Man macht erstmal unten eine Betonschicht und baut dann darauf auf. Sehr, sehr cooles Detail. Das ist so, als ob hier eine U-Bahn gegraben wird oder so. Und dann haben wir hier schon ein paar Hochhäuser. Die stehen in denen, ja, ein Fahrstuhl drin ist und wahrscheinlich Lichttechnik. Cool. Ist das zeitgesteuert? Oder wie genau funktioniert das? Ne, per Command-Block ist das gesteuert. Ist das Rialis Redstone? Ja, sowas wie Rialis Redstone. Und das macht dann das Licht an. Wo ist das denn? Aber auf jeder Etage ist das kein Licht, oder? Nicht unbedingt. Hier wäre wieder Licht. Ach, krass. Ah ja, und hier oben ist es dann, dass das Licht automatisch an und ausmacht. Das heißt, hier wird ein Redstone-Block einfach hingesetzt. Das frage ich mich aber gerade. Der hat das mit absoluten Koordinaten gemacht, ne? Interessant. Scheint eine Art Tower zu sein. Das gleiche haben wir hier auch. Wie findet ihr die Welt, Leute? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schreibt auch eure Meinung dazu. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, dem Entwickler der Welt ein paar Tipps zu geben oder Vorschläge zu geben. Das sieht mir nach der Redstone-Bank aus. Ist das die Redstone-Bank? Na, das ist die Redstone-Bank, ne? Von früher. Oh, ich erinnere mich. Wow. Nein. Hä? Nein. Doch. Nein. Es ist definitiv angelehnt an die Redstone-Bank, aber es ist etwas komplett Neues. Besitzt noch keine Technik. Wie besitzt noch keine Technik? Funktioniert also noch gar nichts hier. Bankkarte. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Was passiert, wenn ich hier eine Bankkarte einwerfe? Dann öffnet sich wahrscheinlich die Tür und die schließt sich. Ja, sieht gut aus. Ich kriege meine Bankkarte wieder zurück und kann einen Fahrstuhl rufen. Jetzt bin ich aufgeregt. Fahrstuhl. Wie fährt da los, der Fahrstuhl? Von alleine? Naja, irgendwie ist das noch nicht eingerichtet, dass der Fahrstuhl losfährt. Da braucht man wahrscheinlich ein Schild oder irgendwie einen Knopf zum Triggern. Was? Itemdetektor? Alle Items hier einlegen. Sehr schön. Sehr schönes Detail. Richtiger Security-Check. Was ist das hier? Ist das ein Tresorraum oder was genau? Ich kann durchgehen. Okay, was sind das hier für Knöpfe? Blue Wall. Redstone Block. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist alles noch im Bau. Einzahlung, Auszahlung. Ja, scheint noch im Bau zu sein. Aber allein schon dieser Sicherheits-Check hier. Vor allem, der sieht sogar echt schön aus. Wenn ich das mal mit dem Sicherheits-Check der Redstone Station vergleiche. Das hier sieht wesentlich schöner aus. Ist cool gemacht. Beim Durchgehen auch. Also quasi in beide Richtungen hat man einen Sicherheits-Check. Und dann gibt es hier nochmal wahrscheinlich ein Fahrstuhl, der noch tiefer fahren wird. Hey, coole Idee. Und wir sehen hier ist auch schon eine Kanalisation in Arbeit. Auch sowas finde ich in City Builds wird viel zu selten gemacht. Also in City Builds machen viele Leute immer richtig kranke, krasse, geile Städte. Aber die wenigsten Leute kümmern sich um zum Beispiel sowas wie eine Kanalisation oder so. Dass die amtlich und gut aussehen. Und dass man vielleicht die auch nutzen kann als Versteck oder eine Höhle oder was auch immer. Ach, cool. Bin jetzt schon begeistert tatsächlich. Auch die Tatsache, ich habe eine Tankstelle. Boah, wenn es später so Autos gäbe, mit denen man herumfahren kann, wäre das schon, glaube ich, Banger, oder? Was soll das hier werden? U-Bahn-Station? Boah, ich weiß nicht. Sieht eher nach einer Unterführung aus. Parkplatz. Ja, genau hier diese Bank. Was haben wir hier? Was ist das? Cat. Ah ja. Was auch immer das ist. Es macht mir Angst, wenn ich es sehe. Was haben wir hier vorne? Wir haben zwei Häuser. Mhm, mhm, mhm. Wir haben hier vorne ein Bahnhof. Ist das ein Bahnhof? Sieht aus wie ein Stadtbahnhof, oder? Könnte ein Bahnhof sein. Noch nicht fertig. Okay, ist noch ein Bau. Wir wollen uns auch gleich den Freizeitparker ansehen. Ja, das... Uh. Uh, das ist aber ein sehr, sehr schöner Bahnhof tatsächlich. Ah, es gefällt mir. Ich glaube, dass diese Welt sehr, sehr viel Potenzial hat, Leute. Diese Welt könnte sehr spektakulär werden, wenn sie mal fertig ist. Aber wir machen jetzt Trigger Hub. Was ich richtig cool finde, ist eben mal, dass die Techniken aus der Redstone World übernommen worden sind. So, und jetzt gehen wir zum Freizeitpark. Denn da, habe ich gesehen, ist ein bisschen was schon da. Es gibt einen riesengroßen Parkplatz. Wow. Mit Lampen. Können die angehen? Ja. Wie gehen die an? Wahrscheinlich bei Nacht, oder? Finden wir es raus. Time, Set, Midnight. Herrlich. Ein herrliches Detail. Und wir machen es wieder Tag. Time, Set, Loon. Und da vorne ist... Uh, der Eingang in den Freizeitpark. Jetzt wird es actionreich. Jetzt bin ich mal gespannt. Was können wir hier erwarten? Wahrscheinlich auch ein ähnliches Konzept. Pass hier aufladen. Definitiv aus der Redstone World, aber cool. Die Frage ist, was ist hier die Währung in dieser Welt? Red Bytes. Hätte man drauf kommen können, oder? Also ihr seht quasi, Leute. Ich finde es cool. Das ist wie ein Spin-Off-Projekt der Redstone World. Und ich bin gerade echt fasziniert, was hier alles dabei ist. Ticket-Kontrolle. Kann man wahrscheinlich durchgehen. Es kann sein, dass es hier Musik oder so gibt, aber ich glaube, es fehlt ein Ressource-Back. Zumindest wurde keins geladen. Was ist das hier? Muss ich hier was reinwerfen? Ach, das ist wahrscheinlich... Ah, das ist ein Key. Das ist ein Schließfach-System. Da bekommt man einen Schließfach-Schlüssel raus. Auch eine coole Idee. Mit der Lampe, die dann blinkt und das signalisiert. Ah, verstehe, verstehe. Das ist quasi am Eingang des Freizeitparks ein bisschen Garderobe. Boah, ich vermisse den Freizeitpark so sehr. Wir haben hier einen Redstone-Lift, der nach oben führt. Ganz klassisch. Ganz altmodisch. Der geht bis hier nach oben wahrscheinlich. Und dann öffnet sich diese Tür hier. Wir fahren mal mit dem Lift mit. Oh, ich sehe, glaube ich, im Hintergrund auf der Minimap, das könnte hier... Oh, was ist das? Öffnet sich das? Oder ist das nur ein Durchguck? Es scheint sich gar nicht zu öffnen. Doch, hier ist ein Command-Blöck. Aber warum öffnet sich das nicht? Und wie öffnet sich das? Ist irgendwie noch nicht richtig mit drin oder so. Vielleicht könnte hier ein Marker sein, der dann hier irgendwie ein Stromsignal setzt. Und dann öffnet sich das als Tür. Ja. Mhm. Hm. Sehr interessant. Scheint noch mal im Bereich des Freizeitparks an zu sein. Ich irre einfach hier rum. Ich sehe, dass es hier eine U-Bahn tatsächlich gibt. Jo, aber das ist auch... Krass. Das ist auch das U-Bahn-System aus der Redstone-World. Es ist wirklich... Die Welt, die wir hier haben, ist eine Fortsetzung der Redstone-World. Ich finde das echt super, super cool. Also ich bin echt begeistert von Conor, dass er das wirklich hier auch so weitermacht. Und das ist auch so funktioniert. Ich freue mich gerade richtig darüber, das zu sehen. Und wir fahren jetzt einfach mit der U-Bahn weiter. Schauen uns mal, wo die uns hinbringt. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall noch eine kleine Attraktion mit. Und auf jeden Fall auch die Freude, diese Map uns eines Tages nochmal anzugucken, wenn sie weiterentwickelt ist. Und was noch durch alles noch kommen kann. Sau cool. So, U-Bahn fährt. Ach schön. Es macht mich irgendwie total happy, das zu sehen, Leute. Und motiviert mich persönlich auch. Da ist jetzt ein Spawnfehler drin. Winterberg. Egal, ist jetzt nicht so schlimm. Sei verziehen an dieser Stelle. Und wir gehen nach oben. Und da sind wir im Winterberg rausgekommen. Okay, die U-Bahn scheint aber für den Freizeitpark zu sein. Hier ist eine Achterbahn. Ja. Und das ist vor allen Dingen auch eine schön dekorierte Achterbahn. Enderdrachen. Oha. Boah, wie cool. Ja, okay. Warte, dann lassen wir uns mal gucken, wo der Eingang ist. Also, ich glaube, da vorne könnte der Eingang sein, oder? Nein, das sieht mir nicht nach Eingang aus, oder? Da der Eingang? Ist das der Eingang? Hier ist ja quasi der Eingangsbereich des Freizeit. Da, da. The End Counter. The End Counter. The End Counter. Oh, wie lustig. End Counter, versteht ihr? Wegen End Counter. Mülleimer. Ich schmeiß Geld einfach in Müll. Okay. Dann. Ich habe leichte Framelops hier, aber egal. Nächste Fahrt bereit. Das ist auch die Technik der wilden Maus, die hier übernommen worden ist. Und aufgearbeitet worden ist. Ja, dann. Lasst uns mal genießen, Leute. Oh. Oh, ist das ein Launch Coaster? Ich glaube, das ist ein Launch Coaster. Yo. Gute Idee. Brillante Idee. Auch mit dem Speed-Effekt, der hier noch mal den FV ändert. Schöne Idee. Wenn man doch Minecarts in Minecraft noch schneller machen könnte. Ah, das war eine coole Idee. Aber vor allen Dingen mit der neuen Minecraft 1.19.4, was da jetzt mit dem Code technisch möglich ist. Durch die Blockstates und die Item-Displays und Interactions. Sonst glaube ich, dass man Freizeitparks auch noch mal auf ein ganz anderes Level ziehen könnte. Nur Model-Up, natürlich. Natürlich kannst du auch erstmal anfangen mit Modeling und so einem Kram. Aber ich denke, da geht es richtig ab. Was ist das da hinten? Ein Free-Fall-Tower? Wow, 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 wow. Die Einsamung wird ja immer krasser. Je länger wir uns die angucken, desto beeindruckender wird es. Ich bin gerade fasziniert. Es ist einfach nur eine kleine Achterbahn hier. Und diese kleine Achterbahn macht echt Spaß. Und wir gehen, oha, wir werden jetzt vom Drachen bringen. Oh, wow. Und das Bild wird auch noch gemacht. Was für ein cooles Detail. Können wir uns das Bild auch noch angucken? Hast du die Technik auch mit übernommen, dass wir uns das Bild angucken können? Jetzt bin ich sehr neugierig. Ja. Nein. Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber nein. Okay, sehr cool. Was haben wir noch für Attraktionen? Baumstammkanal. Ja, natürlich wird hier einen Baumstammkanal sehen. Was hast du, Baumstammkanal? Jetzt bin ich neugierig. Okay. Auch hübsches Design. Unglaublich hübsches Design. Connor, die Arbeit, die du hier reingesteckt hast, ist echt beeindruckend. Definitiv nice. Ich glaube, ja, wir sehen hier. Ich glaube, hier muss das Resource Pack der Redstone World geladen werden. Weil das ist definitiv, dann wäre hier die Textur von dem Flume Ride. Ich glaube, was Connor gemacht hat, ist, er hat die Elemente aus der Redstone World übernommen. Eingefügt per WorldEdit oder wie auch immer. Und, ähm, das Ganze weiterentwickelt. Ein Spin-Off quasi. Aber ein sehr, 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 sehr guter Spin-Off. Ein sehr, sehr guter sogar. Wow. So, jetzt bin ich gespannt. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass wir gerade in einem Baumstamm sitzen. Das wird wahrscheinlich auch tatsächlich ein Baumstamm sein. Das Papier, was wir hier haben, das ist, äh, das Papier wird sich jetzt auch drehen. Genau, das Papier ist quasi der Baumstamm, das Model, das Custom Model des Baumstamms, was ihr erfährt. Und wahrscheinlich wird im Untergrund, ich kontrolliere das mal ganz kurz eben, im Untergrund, genau, wird da ein Minecraft fahren. Zwei Minecraft sogar. Das ist exakt die neueste Technik, die hier übernommen worden ist. Das eine Minecraft ist das Haupt-Minecraft. Das andere Minecraft ist das Guiding-Minecraft. Das sorgt dafür, dass der Baumstamm immer richtig ausgerichtet ist. Und dann geht es einmal hier herunter. Wurde an Splash-Partikel gedacht. Wahrscheinlich kommen die Splash-Partikel hier auf der Brücke. Das ist ein etwas leckerer Ride. Wenn ihr den mal ganz fahren möchtet, downloadet euch die Welt, Leute. Das will ich euch jetzt hier nicht vorwegnehmen. Aber, was ich auf jeden Fall vorwegnehmen möchte, ist einmal das und das, was wir hier haben. Weil der Freizeitpark doch echt, hohoho, ganz amtlich weitergebaut worden ist. Freefall Tower, Highway to Hell. Ein entzückender Name für Freefall Tower. Der aber irgendwie, glaube ich, noch im Bau ist, oder? Hier ist noch eine ganze Menge im Bau. Ganz viele Command-Blöcke sind hier noch im Bau. Oder sollte das das Golf werden? Das sieht mir aus, als ob das hier ein kleines Golf wird. Das sieht mir aus, als ob hier die Mini-Golf-Engine übernommen wird. Die Mini-Golf-Engine werde ich bald in einem zukünftigen Projekt nochmal neu coden. Also, für den Fall, dass Connor dort gerne was machen möchte. Connor, dann warte nochmal drauf, denn die wird nochmal neu gecodet. Aber hier ist der Freefall Tower. Kriegen wir den irgendwie zum Laufen jetzt? Hier fehlt halt noch eine ganze Menge dafür. Aber coole Idee hier auch, mit dem Kopf da dran. Dem Drachen. Der Drache, das ist doch der Drache aus The Reds of the World, oder? Wie süß, dass das übernommen worden ist. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Alter, was sind die ganzen Kromat-Blöcke hier? Warte mal. Das ist die Lichtshow, oder? Oh, Tatsache. Wow. Die hatten wir auch nie fertiggestellt im Redstone-Freizeitpark. Yo. Also, ich weiß ja nicht, Leute. Aber das ist doch absolut insane beeindruckend. Oha. Oha. Ich bin impressed. Ich bin sehr, sehr impressed darüber. Das ist cool. Vor allem, was man damit halt auch alles technisch machen kann. Das ist wahrscheinlich... Das System hier ist letzten Endes das gleiche, wie im Rotscheinpark. Wahrscheinlich, genau. Jetzt werden hier Custom Models eingesetzt. Die fahren dann. Und sobald man zu weit weg geht, werden die Custom Models ausgetauscht durch Körper. Ja, wunderbar. Cool. Also, das ist quasi nochmal die Redstone-World in Besser. Kann man quasi wirklich sagen. Es ist sehr interessant zu sehen, was diese Welt einem zu bieten hat. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Welt weiterentwickeln wird. Auch durch zukünftige Projekte, die noch kommen werden. Selbst das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das ist nämlich das... Ist das denn in der Redstone-World? Nein, das ist das Restaurant aus dem Redstone-Bunker. Vielleicht erinnern sich einige Zuschauer noch. Das ist das Restaurant aus dem Redstone-Bunker. Haben wir auch die gleiche Technik dahinter? So. Ich mache den gleichen Witz ungern immer zweimal. Deshalb fragen sich wahrscheinlich einige. Joe, gibt es da noch was anderes? Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Das ist nicht das Restaurant aus dem Redstone-Bunker. Das ist das Restaurant aus der Redstone-World. Und zwar genau so. Das ist das System, wo man hier was auswählt, bezahlt. Und dann kann man auf den Knopf drücken. Und dann wird automatisch das Minecart beladen. Je nachdem, wie man bezahlt hat. Sau cool. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt von der Arbeit, die du geleistet hast. Und freue mich zu sehen, wie sich diese Welt weiterentwickelt. Wenn du was Neues gebaut hast, sende sie gerne ein. Vor allem auf den Freizeitpark. Werden wir uns alle für interessieren. Download-Link ist in der Videobeschreibung an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Weiter. Bis bald.